Der D-26 ist nicht schnell. Der ist untermotorisiert. Der freut sich, wenn er die D-30 mal bergab sieht. Soll ich mit Carsten in die Stadt fahren und von der Seite kommen? Der D-28 wird mir bestimmt gleich zurück. Der D-28 wird über das Wasser kommen. Gott, mach keinen Selbstmord. Nein, jetzt muss ich nachladen, er hat noch 9 AP. Schön. Und ich habe einen Amorex-Schaden, scheiße. Amorex-Schaden beim T-1? Wie hast du denn das hingekommen? Wo seid ihr? Ich habe Angst. Ich bin schon da, wenn er hochfällt. Der D-28 kämpft uns in der Basis, ne? Ich habe den T-1 getrackt. Wir können gleich ins Heck schießen von dem Fett. Togo, erwischst du den Tiger? Ach, das sind zwei. Pass auf, noch ein Tiger. Oh, da ist noch einer. Der T-1 ist zu klein, den treffe ich nicht. Da war seine Ketten. Oh, T-28, siehst du das? Ja. Nein. Ich glaube, Zucker hat da ein kleines Problem oben. Seh einfach sicher und halten offen. Oh, Zucker. Die sind alle nicht so offen. Mal gucken, ihr könnt da... Kann mir mal jemand helfen? Ja, ich bin... Ich gucke ja an deine Richtung. Ich gucke ja an deine Richtung. Oh, 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 oh. Es werden sehen. Wir wollen die Scheißbären sehen. So, mehr Hilfe gibt es jetzt nicht. Ich muss mir den T-28 hier unten kümmern. Der Fettler ist auch vorne. Ich schieße die US-3 in der Seite, Zucker. Oh, Mann, ey. Ja, aber wenn der Tiger wieder... Mein Heck kommt, wer ist? Los. Au. Au. Verängstigte T-28, die den Rückwärtsgang einlegen. 100, bitte. Er hat mein Gericht getrackt. Man! Guckt in meine Richtung. Guckt in meine Richtung. Guckt in meine Richtung. Zucker, jetzt kannst du um den Hügel fahren und ihn schießen. Andrik, traust du ihn nochmal oft zu machen? Ja, aber von der anderen Seite, weil der andere T-1 erlebt noch. Da ist er übrigens. Problem gelöst. Ich fahr mal rüber zum Leuchtturm. Schieß mal auf den US-3, die Star-2. Ja, ich mach doch schon. Schieß doch! Ich mach doch schon. Ich hol mir den Tiger. So, ich beende mal, was George angefangen hat. Oh, da ist noch ein. Oh, T-26. Au, au, au. Gut, also ich schieße nämlich schon wieder daneben. Hat der grad geschossen? Ja. Ja. Hallo, es kommt. Action. Alter. Hast du das gesehen? Du weißt, dass deine Munition teurer ist als der ganze Panzer, oder? Ja. Das war einfach demonstrativ. Er ist bei mir gebounced. André, das war einfach nur das große Show. Und wieder gebounced. Alter, ich bin an dem nicht durchgekommen. Er zählt aber auch genau nur auf die Frontbände. Er zählt das nicht. Der ist ja echt doof, der T-6. Alter, ich bin zum zweiten Mal da nicht durchgekommen. Ich muss echt auf die beiden komischen Dinger da oben am Domen schießen. Da, äh, der muss gucken, diese... Die beiden Dinger da oben am Domen schießen. Keine Hitzone an sich, die sind nur in Fahr... Anleitung für das dahinter. Du gut, da stieß hinten was auf dich. Wahrscheinlich der Tiger 2 mit 60 Hitpoints. Ja, warte, wenden wir mal. Jetzt verpisst er sich. Ja, Sugar mit 20 Hitpoints macht ihn fertig. Ramps'n, Sugar? Double S! Ramps! Beide zugleich auf euch! Äh, ich will ja nicht sagen, aber ihr spielt gegen den Dragon Master. Oh, ich hab jetzt schon Angst. Rudi hat immer gesagt... Dragon Master wurde getrollt! So aufpassen, wenn der Dragon Master kommt. Da, bei mir steht er. Schloh, Sugar! Töte ihn! Töte ihn! Oh, er hat grad auf dich geschossen. Mich hat er geschossen und getroffen. Ja, und Sugar traut sich nicht vor. Ach, warte! Ich hätte den jetzt so hier voll! Bam! Ich hab durch drei Lippen geschossen, ja? Das ist viel kunstvoller. Ich bin voll! Haha! Wingsnes Geld stürmen, das ist schon mal gut. Ich hab das diese Geysriebe geschossen. Ich bin ein wenig, was ich habe gesagt, Und dann ja, ich hab dich Professors.